Als nächstes haben wir noch Steven Viper, er will auch noch ein paar Worte zu uns sagen. Ich freue mich darüber sehr. Ah, ist das eine Freude. Ich möchte mich an jeden Einzelnen hier bedanken, der da ist. Wir sind die freie Menschheit. Wir sind der Beweis, dass wir kein Virus sind auf dem Planeten, sondern wir sind verbunden mit dem Planeten. Und der Planet, die Erde, unsere Mutter Erde, die uns das Gemüse schenkt, sieht, wie wir aufstehen. Und wir sind der Beweis für die Freiheit. Und das ist das Wichtigste, was es gibt. Also, ich habe leider nur ganz kurz Zeit. In Linz habe ich länger Zeit. Das Wichtigste ist, dass wir anerkennen, dass wir sind die Corona. Die Krone. Und wir werden büßen, wenn wir die Krone nicht aufsetzen. Weil dann setzt sich so ein Idiot wie die Marionetten vom World Economic Forum auf. Unsere Politiker. Die haben es jetzt nicht verdient. Wir sind die Corona. Und das Wichtigste ist, wir sind souveräne Menschen. Wir setzen uns die Krone jetzt auf. Und ich kann nur sagen, das ist ein internationales Mafia-Kartell. Das, was hier steht, The Great Reset, umsetzen wollen. Liebe Leute, vernetzt euch alle. Kontaktiert uns in Linz. Wir vernetzen uns. Sperrt die Geschäfte auf. Das ist ein internationales, kriminelles Mafia-Netzwerk. Wenn sich die Geschäfte nicht aufsperrt, seid ihr Komplizen von einem Verbrechen gegen die Menschheit. Corona ist vorbei. Wir haben die Lektion verstanden. Setzt euch zusammen und dann ist es aus. Und es ist Zeit, dass wir zusammenwachsen als Menschheit. Jetzt ist die Zeit da. Liebe Menschheitsfamilie, alles Liebe. Danke an Linz.